So, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde von Let's Fun Play Heroes of the Storm. Ach ja, übrigens, Icon, ich nehme auf, gell? Oh, das sind die schon wieder. So, kein Thema. Nicht wirklich. Tatsächlich. Genau die selben nochmal. Es sieht nun mal eben nicht, oder? Ah, prima. Gut, geht schon los. Jetzt soll ich an der Mädchen, der Hüftbeutert, die Novavich und der P34-Fanbar. Kann ich nur Solo gehen? Ich gehe Solo bei, äh, down. Jo, Raikon, geh Solo. Oh, ich kann, ich kann immer Solo, aber mit dir halt am besten, weil... Solo kann allein oben. Mein Projektil hat gerne durchschlägt. Boah, lass doch so, ich hab halt schlagende Argumente. Ja, und... Ach, du guck mal, wer da ist. Ja, Sylvanas. Hm, ich habe das miese Gefühl, dass du gleich Übel auf die Schnauze bekommst. Weißt du? Geh mal runter. Zu Tassel, da. Wir alle hier. Da schwitzt er allein auf der Lane. Oh ja, also Tassel, lass mich auch... Oh, Nova, du hässliche Bier. Na, Piss dich. Ah, sind's doch bei euch. Dann ist er cool, dann kann ich kurz spüren. Ich bin geloh. Ich freu dich mir auch mal auf, wenn... Boah, und Elite da an diesem Mal. Das ist ja ne böse Sache. Blacksheet ist Elite da, der war doch... Ah, hier ist die Nova bei mir. Nova ist unten. Sagt mal bitte an, wo die Unsichtbaren sind. Seid so gut, wenn ihr sie seht. Ach, Tomat. Da. 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 Ja, doch mal. Oh, guck mal, hier. Hier. Bäm. Jawoll, sehr geil. Oh, Hilfe. Schlitzer. Ach, der ist ja ersprungen, schade. Ach, der ist ja ersprungen, schade. Ah, der Panzer ist in der Bapke. Reg schieb, du dumme Sau. Boah, hat die auf die Fresse hergekriegt. Genial, Alter. Ja, wenn man halt sie mit ner Hammer anlegt, aber tut er erst im späteren Verlauf richtig Größe. Licken Hammer. Ach, geil. Geh weg, Baum, hier. Keine Maturkummer. Geht mal bitte. Oh, wieso alle auf den Panzer schlagen, Alter. Haha, ist heftig. Vor allem, wieso auch die Fresse dabei ging. Da, 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 da. Oh, ja, schade. Oh, ja, schade, schade. Holy shit. Aber ja, nicht wundern, ich lerne immer Brarialkanone mit der Hammer. Auf jeden Fall, das Spiel scheiße läuft nämlich die Lane raus. Leise, leise, leise. Mach's da und... Jawoll. Ach, gut, dass ich Tazer da bin. Ja. In der Map ist das viel besser als bei der anderen. Weil die hier fokussierte Team... Ich komm nach oben, äh... Leoric. Oh, der ist schön hier, ne? Oh, ich hab auch Bock nach oben. Komm gleich, ich bin hoch. Da ist mir hoch. Wir sind aber zu viel hier oben. Wir sind wirklich gefährlich auch, na gut. Ich hab ein paar schlagende Argumente für die Hammer. Mal gucken, ob dir das gefällt. Bam. Okay, die ist schon mal weg. Auf der Map sieht man die auch wieder besser. Komm hier runter, komm hier runter. Genau. Untere Camps down. Wir gehen hoch alle. Boah, das war... Die Nova freut sich. Die Nova kriegt vorn Kopf. War die falsche. Panzer gegen Panzer. Ja, ich hab die richtig geschlafen. Achtung, nach vorne. Aaaaaaah. Danke, Ares. Grüße, Herbzchen. Hier, komm her, krieg's vorn Kopf, Alter. Komm her. Komm in die Range. Ja, ich hab's neun. Haha. Ja, weil ich... Ach, scheiße. Ich hab's neun. Ich hab's neun. Jawoll. Ich hab's neun. 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 Tötet mal den T-34 Panzer. Ja. Siegt neun tausend. Jawoll. Jetzt Lili noch. Ah, es lag nicht, es lag nicht. Geh zurück, geh zurück. Ich wollte es will. Verteilen. Bin jemand Mitte. Ah, ist aber wie geil. Ich raue den erstmal in den Heilbrunn raus, da freut ihr sie gut für Freezy zu machen. Naja, ok. Doch. Ihr geh jetzt wieder mit dem Mittel, dann kannst du der Warners herunter. Yup. Habt ihr schon mal zurückgepusht hier? Jo, vielen Dank. Hast keine Arbeit mehr. Jo, Thanks. jetzt haben sie sowieso ein problem weil ich habe erst hilfe gelernt also wenn ich nur nur ich lach den aus das ist so geil wenn ich immer die mentale so ragen wir machen ich es ist eine coole kombi irgendwie ist gefällt die kommen die kommen und ich habe ja sichtbar du arsch immer schön weiter Kommt ihr alle runter? Wir müssen mal leider zurück reinkommen. Tempel unten! Ja, ich muss leider zurück. Ich hab no life and no mana und die ganzen Scheiß. Ich bin schon unten. Machen wir. Legen wir los. Tempel ist aktivierbar. Steht drin. Mal kurz. Da ist er! Da ist er, da ist er! Okay, die kann wegrennen, okay. Aktivieren wir einen anderen, alter. Oh! Ob sie klar unten? Ja, ne? Da ist noch ein Aufdecken! Aua! Hattest du nicht Aufdecken bereit? Hör mal, wieviel? Ich hab noch in der ersten Hälfte benutzt. Die erste Hilfe da. Da ist er, da ist er. Jawoll! Ich lebe Wacken. Mein Lieblingskassanatik alles auch. Sehr gut. So, ich fahr jetzt wieder zurück in meine Mitte. Jetzt abgedeckt. Wollen wir Boss probieren? Warte mal hier mal das Camp hier noch aufpassen, Nova, aufpassen. Gerne. Oh, da kommt der Hüpfer. Schnell dich rein, schnell dich rein. Wird rausrennen bei zwei Unsichtbaren, crazy. Eieiei. So, ist doch nix. Passiert. Weil da wieder mal Kill-Guy war, du Hüpfer. Da war überhaupt so keiner drin, ey. Weiße! Aris! Schild! Danke! Ich muss hier raus! Ja, kann ich euch machen. So schnell die Aufdeckenzeit reduziert. Was ist da los? Ja, war da nicht ein Cheat oder so? Ja. Achtung, da war irgendwie... Oh, da kommt der Lilly, cool. Hahaha, das ist doch geil. Geh mal hoch zum Deffen. Kannst du Slows oder so hin, oder? Ja. Boom! Bam! Das hat dich kalt. Ja. Dafür geh ich extra an Sieg. Nur los, mit dem Scheiß. Determinieren wir. Ah, eben haben wir noch gegen die voll abgekackt. Ja. Panzer, Mann. Panzer, wir müssen wir wissen. Ja, mit dem Tiger-Panzer, Mann. Ja, mit dem Tiger-Panzer, Mann. Die Chance, ey. Weil ich das extra gelernt habe. Daher genau. Ah ne, ich fluss nicht flussend prozent mehr Schaden. Und dann krieg ich auch noch die Scheiße. Weil, ich muss das jetzt ein Boss machen. Aber ich glaub ich eigentlich nicht. Na, Lilly ist hier. Ohne Lilly machen die keinen Bus. Ach, guck mal, da unten sind. Oh, Quatsch. Weilen wir nicht. Geh zurück, zurück, zurück. Jawohl, ich heil mich einfach. Drück die Lohr-Rosse-Wäsche. Bam! Zu Weihnachten, Töte, hör mal. Jawohl. Das ist so... Das ist so witzig. Wir kriegen einfach den Panzer nicht tot. Das ist voll geil. Ja, das ist ein schlimmer Arm. Den Panzer kriegst du nicht tot. Ja, geil! Tempel? Tempel, Raikon? Ja, unten, unten, unten. Sehr geil gesetzt. Ja, ich glaub du Tempel. Crazy, du bist ein ganz Sau. Ja, ich glaub du ist Tempel. Ich krieg noch Melkster-Boost. Geh mal runter, komm. Geil, Tassana schuldet mich. Aber ich krieg keinen Schaden rein. Und zu Lothar, geh runter. Und zu Lothar, geh runter. Ja, ich und Raikon machen das hier auch. Ja, ich mach das schon hier, so. Könnt's gehen. Hier ist nur Illy da. Auf jeden! Guck mal, guck mal. Komm, der ist gemutet. Ja, ja. Ich hab doch einen Zug. Ich hab doch einen Zug. Ich lasse da ganz vorsichtbar machen, bitte. Auf der Schlange, auch die... Ich kann uns zählen, das soll ich. Der war gut. Oggi! Du bist ne geile Sau. Gut, Tassana, gleich früh durchgehen. Alles klar. Oh Mann. Ah, warte, geh mal runter. Soll nur mal Salz in die Hauke ist. Stopp. Okay, falsch. Warte, 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 Metzler. Warte, warte, Metzler. Warte, warte, warte. Wait, wait for me, Metzler, ich komme. I coming for you. Ah, jo, we sind mitzlowe. Toll. Sag doch. Ich läm dich rein. Jo, schildvollen. Ich will chillig bleiben. Komm, unser Hardcamp. Komm, wir knallen, ich bin nicht tot. Bäm, weg damit. Haha. Ja, ganz gleich. Wollen wir Camp machen? Komm, lass mal Boss machen. Boss machen. Oh scheiße, ich mach grad hart, keine Leute. Lär mich einfach hin, dann gleich... Na gut, das ist mit mir da. Guck mal, ein Teppich. Achso, hat den da aufgerissen. Ja, ich komm leider nur nicht ran, tut mich leid. Leid. Oh, Boss wird gemacht. Genau, immer schön covered. Einen Schritt weiter nach rechts raufkommt. Da kannst du sie mehr sehen. So, da kommt der Hüpfer. So, da komm ich lieber mal runter. Jetzt haben sie's mitgekriegt. Ah, es ist so geil mit dem Orakel, das ist so geil. Achtung, ich komm mit Verstärkung. Ah, hier kriegst du Verstärkung. Geht rein, geht rein, jawoll, bam. Doppelhild, bitte Uldi, Alter. Hat sich gefreut. Warte dann! Oh, das gibt's doch nicht, diese... Oh, guck mal, ein feindlicher T34-Panzer. Ach, scheiße, sorry. Ach, scheiße, das ist... Ja, verdrückt. Warte, Nerven, sorry. Der war assig. Die eigenen Leute gefangen genommen. Ja, warte, Nerven. Ich einfach würde ihn auch, damit dein Quill sich abgetauscht hat. Egal. Und dann froh, Alter, genau aus dem Grund, den den macht. Ja. Level 16, jetzt sind sie so gut wie tot. Fokussierte Reichweite, wird ausgefahren. Jetzt kriegst du davon Schädel, Alter. Komm her, du quäle Wurst. Bam, Alter. BAM! BAM! Go crazy, get my BAM! Deine Tage heute, oder was? An den Chips im Rollen. Zurück, zieh mich, Panzer. Zieh dich zurück. Ich bin leider nicht da. Ich bin leider nicht da. Ich bin leider nicht da. Martin, wir kennen fertig. Ja, ich dachte, das nächste Einer, wenn wir müssen. Wir sind immer ein BIM. Geil, jetzt hab ich einen Code. Oh, jetzt war ich ein bisschen zu. Wie die... Hilfe, Hilfe, Hilfe! Du, Amis, du musst noch schnell sterben, dann sind wir alle im Rhein. Au, 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 au. Ja! Keine Sacke! Wie immer bin ich dein Schatten, ne? Wie immer. Wie beim Stitches auf der Piratenkarte, wo ich dich gerettet habe. Oh, da ist er, da ist er, da ist er! Jawohl! Scheiße. Oh, der Panzer. Ah, der Fixer! Ah, gut. Seht wie ich da rausgesprintet bin. Geil. Du kannst Fähigkeiten aktivieren, während du in der Starz ist bist. Die werden direkt ausgelöst? Ja. Das ist ja Hammer, das hab ich immer gesagt. Ne, ne, die wird nur ausgelöst, wenn du sie vorher aktiviert hast. Ne, ich hab sie eben während der Starz ist, hab ich die. Ich konnte nicht so schnell machen. Wenn er ausgelöst, die wurde direkt getriggert. Hast du den Schaden gesehen? Da hat er sich wirklich gefangen. Was? Ach, Mist, seine Schustler. Beide tot. Da, mach mal Feierabend, Leute. Der wird auf den Chor. Moment, ich störe mich hin, dann kommen sie jetzt gar nicht wieder an Reichweite. Guck mal, jetzt bauen sich die Reichweite aus. Auf den Binnen. Wow, 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 wow. Es ist so gut wie da. Was ist das? Ein Hammer, der grad rauf geht. Und da, sehr geil. Martin, rechts, komm. Wir haben. Wir haben doch nichts mehr. Ach, komm, ey. Ach, crazy. An mir kommt die Kena an, ey. Komm von der Chor. 60. 55, 50. Ach, passiert. Alles. Geh weg von ihm. Jawohl, auf der Chor. Komm, 40. 37. 37. 24. 20. 40. 6. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. Wir haben gewonnen. Sehr geil. Wie sagt man, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Wenn es am schönsten ist. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. Sag mal, tschüss. Tschüss. Schickt mir nochmal den Link mit dem Linksbums hier. Mit dem...